Willkommen in unserem Kommunikationszentrum, das sich genau in Gitega Musascha in Ruvjagira befindet. Neben mir ist Patrick, ein junger Techniker, der sich um die Vorbereitung der Grafiken und alle Audio- und Video-Editings kümmert. Wir ergreifen hier Initiativen, die unserem spiritualen Zentrum Maria Königin von Karmel dienen. Biblische Schulungen, religiöse Schulungen, geistliche Schulungen, Einkehrtage, Sitzungen, Exerzitieren, Wochenenden für Paare. In diesem Zentrum selbst bereiten wir unser Internet Apostolat vor. Es geht um Evangelisierung und die Förderung des geistlichen Lebens, wie zum Beispiel die Meditationen oder auch Anführung in die Meditation Lectio Divina, die jede Woche veröffentlicht sind. Jeden Mittwoch Anführung in die Bibellektüre, die von Pater Jean-Claude Navagnoe, einem Bibelwissenschaftler, geleitet wird. Auch in diesem Zentrum haben die Jugendlehrer, die unser Haus besuchen und verschiedene Mitglieder unserer Gruppe. Sie haben die Möglichkeit, die Internetverbindung zu nutzen, aber auch die Einrichtungen, die wir hier zur Verfügung haben, um ihre Arbeiten für die akademische Ausbildung, aber auch für die Schule vorzubereiten. Seien Sie herzlich willkommen auf unserer Facebook-Seite Carme Gitega und vergessen Sie nichts, auf zu unserem YouTube-Kanal zu abonnieren. Carme Gitega